Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind hier in der letzten Folge auf dem Weg zum Mondberg stehen geblieben. Ihr seht, ich habe hier schon einen oder zwei Trainer bekämpft. Das habe ich ja auch schon angekündigt in der letzten Folge. Wir schnappen uns, hallo, schnappst du dir bitte die Items hier? Wir haben einen Trank und hier unten haben wir noch drei Pokébälle. Wundervoll. Und dann drehen wir noch mal eine extra Runde. Ich will mal ganz kurz mein Team sortieren. Doch, Knurfenzer ist in erster Stelle, das passt soweit. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie mein Team später mal aussehen soll. Das lasse ich einfach mal auf mich zukommen. Ich habe überlegt, ob ich einfach... Nee, Radfratz will ich echt nicht. Nee, nee. Dass ich vielleicht recht viele exklusive Pokémon ins Team nehme, die wir hier bei Evoli haben. Aber mal schauen, wie wir das alles machen. Na, ich würde sagen... Ja, doch, wir kämpfen mal gegen dich. Hast du mich etwa gerade geschubst? Nein, nein, habe ich nicht. So, Cornelia. Die fängt an mit einem Nidoran. Das hat sich gereimt und was sich reimt, ist gut. Ich habe mir überlegt, ob wir den Pro-Trainer am Anfang der Route schon bekämpfen. Aber ich denke, dafür will ich noch... Will ich erst die anderen Trainer hier machen, bevor ich den angehe. Die geben uns immer nette Items. Habe ich, glaube ich, auch schon alles erzählt. Ist ganz praktisch. Will man eigentlich schon mitnehmen. Zumal es Erfahrung ist. Und Erfahrung ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auf meinem Hauptspielstand relativ viel gesuchtet. In letzter Zeit. Aber mit dem Fangen von Pokémon habe ich echt noch meine Probleme. Jetzt nicht gerade, wenn sie ganz normal in der Mitte vom Bildschirm sind, darauf warten, gefangen zu werden. Aber später, seltenere Pokémon hampeln auch gern etwas mehr rum. Und sind etwas schwerer zu erwischen. Das ist nicht so leicht. Mal schauen, wie wir das alles hinkriegen werden. Ich fange einfach gar keine Pokémon und spiele das Spiel nur mit meinem Evoli durch. Was auch eine recht interessante Information für die ganzen kompetitiven Spieler da draußen ist. Die Starter-Pokémon, also bei mir Evoli, Alternativ... Ah, jetzt muss ich gegen dich kämpfen, ne? Alternativ Pikachu haben immer 6 31er-DVs. Für die, die nicht wissen, was es ist, das sind Werte, die am Anfang random zugeteilt werden bei wilden Pokémon. Und die man eigentlich anzüchten möchte. Und 6 31er-DVs ist so... Das Nonplusultra, das will man auf seinem Pokémon eigentlich haben. Und die Starter-Pokémon haben das hier halt standardmäßig. Das entscheidet, wie die, äh, Werte der Pokémon sich entwickeln beim Level-Up und so. Ich fand das eine ganz interessante Information. Um die mal mit euch zu teilen, nachdem ich das rausgefunden habe. Seht ihr, solche Kämpfe würde ich halt ganz gern dann, ähm... Davor machen, denn das ist dann doch relativ langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit drauf einkloppe. Ich hatte jetzt leider nicht genug Zeit, um alle Kämpfe hier auf der Route zu machen. Ich wollte dem auch eigentlich ausweichen. Hat nicht ganz so gut geklappt, offensichtlich. Naja, im Mondberg geht das Ganze dann ein bisschen schneller, wenn wir, ähm... Ja, es mit ganz vielen Gesteins-Pokémon zu tun haben. Da kann Knofenzer ja schon gut was gegen anrichten. Und hier nehme ich halt die Erfahrungspunkte mit. Ne, man beschwert sich nicht. Man beschwert sich nicht, wenn man kostenlos Erfahrung kriegt. Zack, ausgepeitscht. Und weg mit Kokuna. Weiche. Ich muss mir aber angewöhnen, äh... Die Pokémon, die hier wild rumrennen, einzufangen. Haben wir hier irgendwas? Ja, Knofenzer hat anscheinend was gefunden. Knofenzer hat uns in den Pflanzen. Eine Nanna-Beere. Danke, Knofenzer. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Haben wir hier noch irgendwelche wilden Pokémon? Wir haben ein Item auf jeden Fall und ein Habitag. Ein Beleber. So früh im Spiel. Was? Komm, dann schnappen wir uns das Habitag mal. Zack, großartig. Wundervoll. Auch hier ist zu sagen, ähm... Beziehungsweise hier gibt es eine Kleinigkeit zu erklären, was... auch DVs angeht. Und zwar kann man Pokémon-Fänge, äh... verketten. Wenn ich jetzt mehrere Habitag hintereinander fange, dann, äh... starte ich eine Kette. Und je höher die Kette ist, desto besser sind auch die DVs der Pokémon. Ab einer Kette von 30 hat man, glaube ich, vier garantierte 31er-DVs. Und auch eine Chance von 0,01%, glaube ich, auf Shiny-Pokémon, was ziemlich hoch ist. Hier scheint... Oh, ein riesiges Habitag. Komm, das nehmen wir gerade noch mit. Ich meine, das geht ja flott. Das finde ich tatsächlich auch sehr angenehm, wie schnell das geht. Äh... Beziehungsweise wie das auch die Geschwindigkeit vom Spiel erhöht. Dadurch, dass man nicht mal die wilden Kämpfer hat, sondern den Pokémon auf der Overworld einfach ausweichen kann. Mit denen man, äh... nicht zusammentreffen möchte. So viele Level-Ups. Was ist dat denn? Und da habt ihr auch schon gesehen. Steht dabei, Fang-Serie 2. Wollen wir jetzt aber nicht wirklich weiter ausschöpfen. So, hier haben wir noch so einen Pro-Trainer. Und hier haben wir ein Pokémon-Center, in das wir gleich mal reingehen, und unsere Pokémon zu heilen. Ja, mach meine Pokémon wieder fit. Ding, ding, di-di-ding. Flup, 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 flup. Dankeschön. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Wenn du ein Pokémon fängst, aber keinen Platz mehr in deinem Team hast, wird es automatisch in die Pokémon-Box in deinen Beutel gelegt. Aber keine Panik. Egal, wie viele Pokémon auch in deiner Pokémon-Box sind, mit Hilfe der Suchfunktion findest du es im Handumdrehen. Ja. Möchten so einen Umschlag... Ah, der ominöse Karpador-Verkäufer. Nee, danke. Man kennt ihn. Du willst doch bestimmt irgendwas tauschen, oder? Wenn du Pokémon fangen willst, solltest du dir diese einfache Regel merken. Ist der Ring grün, hast du leichtes Spiel. Ist der Ring gelb, wird etwas kniffliger. Ist der Ring rot, stehen die Chancen schlecht. Okay. Nee, die wollen öfter mal Pokémon tauschen, die... Ähm... Camper im Pokémon-Center. Und dann wie ein schlafendes Mautzi. Guck mal, da oben. Wo das wohl dazu gehört? Man mag es gar nicht erahnen. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es etwas weiter dort hinten. Hey da, hast du uns gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mautzi doch einfach extra aufgetragen, Wachen zu schieben. Miauts! Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie knirpsen, wie dir überlassen werden. Ganz genau. Wenn jemand diese staubigen alten Steine entsaß, da verwandelt dann wir. Muhahaha. Miauts, genau. So, und wir sind in unserer ersten Höhle. Auch hier sehen wir die Pokémon auf der Overworld. Und hier ist noch speziell dazu zu sagen... Also hier ist es natürlich extrem. Wenn wir auf Evolis Schwanz achten, der wägt ein bisschen als Detektor nach versteckten Items. Gegen dich kämpfen wir ganz schnell. Denn das Item da möchte ich haben. Das heißt, wenn ein verstecktes Item unter uns liegt, dann wackelt Evolis Schwanz ganz schnell. Und sonst eben nur so langsam. Finde ich sehr cool gemacht. Mag ich. Was hast du? Ein Smetbö. Ha. Gegen Smetbö könnten wir tatsächlich mit unserem Team kleinere Probleme bekommen. Ja, das kann natürlich eine Flugattacke. Das tut weh. Nee, da muss ich Knopfenzer leider rausnehmen. Komm, Pikachu. Smetbö müsste Käferflug sein, wenn ich richtig bin. Ich hab... Dass ich teilweise nicht mal die Typen der ersten Generation im Kopf hab, wäre das echt peinlich. Es ist so süß, dass Pikachu einfach seinen Namen sagt, wenn man es einwechselt. Das war das letzte Mal, glaube ich, auch. In Pokémon Gelb, wovon es hier ja ein Remix ist. Ja, es hat den Flugtyp. Wunderbar. Dann dürfte das ja auch ein bisschen einfacher werden. Und ich finde die Animationen so gut in diesem Spiel. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Dass man... Dass man sieht, wie die Trainer den Pokémon Kommandos geben und... Oh. Ich hab letztens, was mich richtig umgehauen hat, sind die Animationen für Geowurf und die Animationen für Donner. Ui, 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 sehen die gut aus. Ui. Die Ui, die Ui. Sehen die Animationen gut aus. Ich sag's euch. So, wunderbar. Da haben wir ein bisschen... Kriegen drei Pokébälle und können das Item da umschnappen. Fünf Superbälle. Na, das hat sich doch gelohnt. Den Zubat können wir... Es ist so angenehm, den Zubat einfach aus dem Weg gehen zu können. Oh, ein Parast. Ich nehm' mich mal mit. Ich bin's im Moment auch noch gewohnt, so alles, was mir über den Weg läuft, zu fangen. Da... Ja, ich weiß... Wie man Pokémon fängt, aber danke. Ich hab übrigens grad eben wieder Pokémon-Gefangen-Spiel, aber trotzdem, danke. Ich bin aus meinem Hauptdurchlauf noch so dabei, alles zu fangen, was man irgendwie fangen kann. Wird auch belohnt in dem Spiel. Ich find, das ist auch so eins der... Das ist seit langem mal wieder eins der Spiele, wo man wirklich motiviert wird, alle 151 Pokémon zu fangen. Oder beziehungsweise generell alles zu fangen, was eben über den Weg läuft. Denn im Notfall können wir die Pokémon zu Professor Eich einschicken und dann kriegen wir Bonbons, die die Werte von unseren Pokémon erhöhen können. Was auch relativ praktisch ist. Zwar jetzt für den normalen Spieldurchlauf nicht. Da, find ich, ist das Spiel schon leicht genug. Aber für später ist es dann doch recht praktisch. Die hat auch einen Knopfenser, leider mit ein bisschen mehr KP, aber vermutlich ein niedrigeres Level. Allerdings, glaub ich, dass es niedrigere Level, die fehlenden KP nicht ausgleicht. Ähm... Ach, jetzt kann ich, wenn ich umwickelt bin, kann ich nicht auswechseln, oder? Uncool. Oh, da kann ich doch. Nein, Austausch nicht möglich. Schüler-Austausch nicht möglich. Dann geh ich auch mal für den Wickel. Natürlich trifft unser Wickel wieder nicht. Der Gegner-Wickel trifft, man kennt es. Absoluter Klassiker. Äh, ich bin immer noch umwickelt, ne? Ach, sorry, da muss ich grad gähnen. Ich bin grad ein bisschen müde, aber es... Die Folgen müssen kommen, Freunde. Was wär das denn hier, ein Tag ohne Upload auf meinem Kanal? Sowas gibt es hier nicht. Jeden Tag Videos. Jeden Tag besiegte Pokémon. Wie zum Beispiel unser armes Knopfhensa hier. Aber zum Glück haben wir hier einen Habitag gefangen. Das Schnabel kann. Ja, es kann eine Flugattacke. Dann... Äh... Wird... Na, ich weiß es nicht. Ich bin mir echt unsicher mit unserem Team. Wir kriegen später im Spielverlauf auch noch die drei Starter-Pokémon. Also Glomanda, Wieser, Sam und Shiggy. Das heißt, eins davon würde ich auf jeden Fall in mein Team tun. Ich denke mal, ich werde Shiggy ins Team packen. So ein Akani wäre auch echt cool. Akani will ich, glaube ich, im Team haben. Akani, Shiggy, Evoli. Du bist ja schneller, als du aussiehst. Hier will ich tatsächlich die Augen ein bisschen offen halten, falls wir... Äh, dich will ich eigentlich... Ach, egal. Dann nehme ich dich halt mit. Upsa, da habe ich ein bisschen übereilig geworfen. Äh, ja. Also Turtok, Akani, Evoli, äh... Sarcenia hätte ich ganz gern. Ich glaube, ich habe noch nie einen Durchlauf... Alter. Werde ich jetzt nicht so. Ich möchte dich nur fangen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Durchlauf mit einem Sarcenia gespielt. Das wäre auch mal ein Novum. Ich mache mir mal Gedanken. Wunderbar. Kleinstell ist auch gefangen. Äh, bringt uns jetzt nicht sonderlich viel. Aber ich meine, was man hat, hat man nicht wahr. Das nimmt uns niemand mehr weg. Ich, nee. Ist auch jeden Tag, glaube ich, zufällig... Ach, hier haben wir ein Item. Habt ihr das gesehen? Der Schwanz von Evoli. Ein Säckchen Sternenstaub. Jeden Tag sind hier zufällig neue Items versteckt. Das heißt, wir kriegen... Auch unendlich viele Mondsteine, theoretisch. Ja, hör auf, uns zu folgen. Was ziemlich cool ist, meiner Meinung nach. Dann würde ich aber sagen, hier im Mondberg kämpfen wir uns... In der nächsten Folge ein bisschen weiter vor. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao!